Musik Moin, nachdem ihr mich ja in der letzten Woche so gar nicht verstanden habt auf der Koppel, da habe ich mich wahrscheinlich sogar noch mehr drüber geärgert als ihr, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das einfach mal drinnen aufzunehmen. Es ist nämlich, wenn ich mal so rausgucke, wieder recht windig und ja, es ist euch ja scheinbar wichtiger, dass ihr mich versteht, ist klar, als ja, dass ich das draußen auf der Koppel erzähle. Deswegen, Mähdrescher habe ich hier auch, also sind wir hier auch in der Landwirtschaft. Ja, nachdem es in der letzten Woche um die Fruchtfolge ging, möchte ich mich heute mit der Bodenbearbeitung beschäftigen, weil das wäre so nach einer Folge der nächste Schritt. Jetzt können wir den schon auf der Koppel mit dem Ackern anfangen. Ja, Bodenbearbeitung, was ist das eigentlich? Die Bodenbearbeitung ist ein mechanischer Eingriff in die oberste Schicht des Bodens, also in die sogenannte Ackerkrume. Das sind die obersten 30 cm, auch als A-Horizont bekannt oder H-Horizont, also dieser humose Oberboden. Darunter wird, das hat wahrscheinlich der eine oder andere von euch schon mal gesehen, wenn man ein bisschen zu tief flügt oder ein bisschen sehr zu tief flügt, weil möglicherweise das Stützrad nicht umgeklappt hat und man das nicht gesehen hat oder den Flug von sich aus zu tief eingestellt hat, dann kommt da so eine gelbliche Schicht hoch. Und das wäre dann schon der B-Horizont. Also wir behandeln hier den A-Horizont, in dem wir ackern wollen. Ja, hier in Deutschland wird ja sowieso immer alles geregelt und deswegen gibt es auch dafür die gute fachliche Praxis der Bodenbewirtschaftung und des Bodenschutzes. Die könnt ihr gerne mal googeln, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Kann man sich gratis auf der Seite vom, ich glaube, BLE, kann man sich die runterladen. Man kann sich die auch bestellen, kostet eine gewisse Gebühr, aber so als PDF-Dokument kann man sich die mal eben durchlesen. Das geht ganz gut. Die wichtigsten Sachen dafür habe ich euch aber einmal kurz zusammengefasst und die erkläre ich euch jetzt. Und zwar hat die Bodenbearbeitung unter Berücksichtigung der Witterung zu erfolgen. Das heißt, wenn es jetzt total matschig ist, wie das häufig ja auch zur Maisernte nachher der Fall ist, sollte man eigentlich nicht fahren. Das Ganze kann man aber dann natürlich irgendwie trotzdem regeln. Der Kram, der muss ja runter. Das kann ja mit Reifendruckriegelanlagen zum Beispiel passieren oder mit extrem Breitreifen oder mit Raupenlaufwerken. Das alles wäre denkbar. Dann hat die ganze Bodenbearbeitung mit dem geringstmöglichen Eingriff in den Boden zu erfolgen. Das heißt, man sollte nicht mehr Bodenbearbeitung machen als nötig, weil man das ganze Bodenleben auch ein bisschen mit durcheinander wirbelt und das die Fruchtbarkeit wieder verhindert. Aber da ziehe ich nachher noch ein bisschen später was zu, wenn ich zu den ganzen Geräten komme. Dann soll man natürlich die Bodenstruktur erhalten. Diesen ganzen Kram dann nicht 20 Mal umkrempeln, damit, wie eben schon, das Bodenleben so ein bisschen geschont wird. Das nächste wäre, dass Bodenverdichtungen vermieden werden. Das Ganze, das ist ziemlich stark wieder an die Witterung geknüpft. Wenn der Boden nass ist, dann verdichtet er schneller. Aber auch, wenn man jetzt mit dem Flug oder mit dem Grubber immer wieder die gleiche Tiefe wählt, das sollte man vermeiden und immer ein bisschen andere Tiefe wählen, um eben so einen Bearbeitungshorizont zu vermeiden, dass das zu scharf abgegrenzt wird und irgendwann da eine Verdichtung entsteht, wo die Wurzeln nicht mehr durchkommen. Nächster Punkt wäre dann die Erosion, die man vermeiden sollte. Das kann man ganz gut machen, indem man eine Mulchauflage lässt oder indem man Direktsaat macht. Das heißt, der Boden, der ist nicht allzu stark gelockert und dann kann er auch nicht leicht vom Wind oder vom Wasser abgetragen werden. Das wären ja so die Möglichkeiten der Erosion, die hier so gegeben werden. Dann soll man die biologische Aktivität fördern. Das ist möglich durch eine weite Fruchtfolge. Oder durch den Anbau von Zwischenfrüchten. Ja, genau. Und den Humusgehalt erhalten. Das wäre auch, denn das geht dann schon wieder ein Thema organische Düngung, die dann eben Dauerhumus aufbaut und auch wieder zum Thema Zwischenfrucht, die eben auch organische Masse in den Boden bringt. Ein paar Mal habe ich das ja schon erwähnt. Es gibt drei unterschiedliche Arten der Bodenbearbeitung. Das erste wäre die Stoppelbearbeitung, direkt nach der Ernte. Die hat mehrere Ziele. Das erste Ziel wäre, dass das Ausfallgetreide und die Unkraut bzw. Ungrassamen, die man da ja durch den Mähdrescher mit durchgejagt hat, zum Keimen angeregt werden sollen, dass man die eben, bevor die nächste Kultur dasteht, mechanisch bekämpfen kann. Dann soll die Kapillarität gebrochen werden. Das heißt, es sind ja immer mit den Pflanzen, die da standen, ist Wasser aufgestiegen und die haben den Boden beschattet. Jetzt knallt die Sonne total auf die Stoppeln oben drauf und zieht das Wasser aus dem Boden. Das ist natürlich nicht förderlich, weil im Sommer hat man nicht genug Wasser da und wir wollen ja nachher Pflanzen da draufsetzen. Tja, die kriegen dann leider kein Wasser mehr, weil es alles verdunstet ist. Dann ist das Problem schon mal gelöst. Genau. Dann sollen die Erntereste damit verteilt werden und zur Rotte angeregt werden. Also das ganze Stroh, was man einmal da draufgehauen hat, wird dann damit schön verteilt. Und wenn man Dünger da drauf fährt, in welcher Form jetzt auch immer, ob man da Diamonphosphat streut oder ob man da Gülle fährt, die muss man dann ja je nach Region zwischen 1 und 3 Stunden einarbeiten. Und das kann man dann natürlich wunderbar mit der Stoppelbearbeitung kombinieren. Ja, was muss man noch beachten bei der Stoppelbearbeitung? Also erstmal fängt das Ganze ja schon mal mit dem Mähdresch an. Das heißt, du brauchst am Mähdrescher schon mal ziemlich scharfe Häckselmesser, die das Stroh kurz häckseln und es aufgesplissen machen. Also, dass die Enden so richtig schön fransig aussehen. Dadurch gibt es eine größere Angriffsfläche für Bakterien. Die zersetzen das Ganze dann. Das Stroh verrottet schneller und es entstehen keine Strommatten, die sich dann irgendwo unten im Boden ablagern, wo die Pflanzen dann nicht mehr mit den Wurzeln durchkommen. Weil das wäre nicht so gut. So, dann bearbeitet man ganz gerne nochmal im 45-Grad-Winkel zur normalen Bearbeitungsrichtung. Das heißt, in die Richtung, wo man gedrillt hat, in die Richtung, wo man gespritzt hat, dass man den Boden dann auch mal ein bisschen anders bearbeitet. Nicht immer nur die gleiche Richtung, das Material in die gleiche Richtung zieht. Das würde sich wieder mit dem CTF so ein bisschen beißen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und, ja, dadurch verteilt man das Stroh eben natürlich dann auch nochmal wieder eine Nummer besser. Allgemein kann man sagen, je trockener der Boden ist, desto tiefer muss man diese Stoppelbearbeitung durchführen, damit genug Keimfeuchtigkeit für die Ungras- und Unkrautsamen hochkommt und für das Ausfallgetreide und, ja, grobe Richtung, zwei bis fünf Zentimeter tief. Kann man machen mit einem Grubber möglichst flach, mit einer Spatenrollegge, mit einer Scheibenegge kann man darüber fahren oder mit einem Strohstriegel. So wäre das bei Direktsaat- und Gyptillverfahren so üblich. So, dann sind wir schon bei der Grundbodenbearbeitung angekommen. Die hat auch wieder unterschiedliche Ziele. Erstmal möchte man den Boden möglichst gut lockern für ein ungestörtes Wurzelwachstum der Folgekultur. Dann möchte man das Ausfallgetreide, was man eben bei der Stoppelbearbeitung zum Auflaufen gebracht hat, denn einarbeiten und abtöten. Dann kommt auf die Drillmaschine drauf an, eine reststofffreie Oberfläche schaffen. Da wäre der Flug jetzt wieder ganz weit vorne, weil man eben mit so einer Drillmaschine, wie wir jetzt zum Beispiel auf dem Leerbetrieb auch haben, da gar nicht so richtig durchkommen würde. Da braucht man dann schon irgendwie was schwereres, zum Beispiel eine Horsch-Pronte oder eine Feder statt Rapid mit einem hohen Schardruck, die dann da eben auch mit klarkommt, mit Mulchauflage. So, dann kann man damit eventuelle Schadverdichtungen aufbrechen, wenn man jetzt, sagen wir mal tatsächlich, jetzt Beispiel vor zwei Jahren war das ja im Herbst so nass, die ganzen Maisflächen da, waren tiefe Spuren drin. Diese Verdichtungen, die waren ja noch irgendwo da. So, die kann man dann natürlich in der Grundbodenbearbeitung einmal tief auflockern, denn auf, keine Ahnung, 30 cm wird da wahrscheinlich auch gar nicht gereicht haben, denn mit einem tiefen Haken mal durchfahren, dass das dann auch ordentlich aufgebrochen wird. Und dann ist das Ganze natürlich eine phytosanitäre Maßnahme, das heißt, man vergräbt Krankheiten und diese ganzen, dieses ganze Ungras, um dann, ja, weniger Pflanzenschutz einsetzen zu müssen. Die Tiefe ist natürlich immer abhängig von dem Ziel, was man damit verfolgt. Wenn man jetzt Stoppelweizen drillen will und vorher Probleme mit Fußkrankheiten hatte, muss man natürlich ordentlich tief durchreißen, den Kram. Wenn man Raps drillen will, der bildet eine tiefe Pfahlwurzel aus, muss man natürlich die Grundbodenbearbeitung auch tiefer durchführen, als wenn man da jetzt Weizen drillen würde, weil das wurzelt flacher. So, wie geht das Ganze nun mit der Grundbodenbearbeitung? Also, da gibt es ja unterschiedliche Methoden, von denen man immer wieder hört, die konventionelle Bodenbearbeitung mit dem Pflug. Der Boden wird einmal gewendet um 180 Grad, ja, nicht ganz, auf jeden Fall wird er einmal quasi umgedreht. Dadurch hat man eine reststofffreie Oberfläche, man kommt gut mit der Drillmaschine durch, da kann sich nichts irgendwie ja, festsetzen nachher beim Drillen, das ist alles schier, man kommt gut durch. Dann kann man, ja, mechanisch damit den Krankheitsdruck ein bisschen regulieren und natürlich auch Unkraut damit gut bekämpfen und, ja, das Ganze wirkt sich aber natürlich, wenn man den Boden einmal umdreht, das gehört so nicht, nachteilig auch auf das Bodenleben und die Zusammensetzung da aus. Die Regenwürmer suchen oben nach ihrem Futter, die wollen oben das Stroh runterziehen in ihre Gänge, oben ist aber nichts, das unten und die ganzen Bodenlebewesen sind einmal durcheinander, also für die biologische Aktivität des Bodens ist das Ganze nicht so förderlich. Auch Erosion, der Boden, der setzt sich nicht so schnell, das dauert ein paar Wochen, bis der wieder, bis der wieder in seiner ursprünglichen Form ist. Also das Ganze ist auch ziemlich erosionsanfällig und es gibt, ja, Standorte, auf denen man den nicht so unbedingt einsetzen sollte. Dann ist natürlich auch ein hoher Kraftstoffverbrauch da, wir Landwirte werden auch oder wurden in letzter Zeit auch häufiger mal dafür angekreidet, dass die Emissionen zu hoch sind. Das kann man natürlich in der Bodenbearbeitung, das ist das, wo der meiste Kraftstoff in die meiste Zeit eigentlich reingesteckt wird, kann man das natürlich gut senken. Ein Flug hat einen ziemlich hohen Kraftbedarf, man steckt ziemlich viel Arbeitszeit auch dabei rein, wenn man dann mit dem Flug drüber fährt, weil er nicht so eine hohe Arbeitsbreite hat. Unser hat hier jetzt 60 cm Schar mal 4, sind wir bei 2,40 m. Mit dem Grubber könnte man natürlich auf 3 m da durchziehen, wenn man jetzt ein größerer Betrieb ist, hat man auch dann eben 6 m Tiger oder wie heißt der andere immer noch von Federstadt, ist ja jetzt auch egal. Die haben hier alle Horsch-Tiger eigentlich von 3 m bis 6 m laufen die Dinger hier und da schafft man natürlich auch ganz ordentlich was mit weg. So, dann kommen wir zur Mulchsaat, zur konservierenden Bodenbearbeitung. Das Ganze kommt aus Amerika oder aus anderen trockenen Regionen. Die fingen damit mal an und Ziel ist es, dass 30% der Bodenoberfläche weiterhin mit ja mit Mulch, wie der Name ja schon sagt, bedeckt sind, also mit irgendwelchen Pflanzenresten, mit gehäckseltem Stroh, bleibt dann oben drauf liegen, beugt Erosion vor, man hält die Bodenfeuchtigkeit natürlich dadurch auch besser, weil der Boden bedeckt ist. Die Bodenlebewesen, die werden nicht so durcheinander geschüttelt, weil man den Boden eben einmal durchzieht, kommt darauf an, wie oft man das macht, irgendwann wirkt sich das genauso nachteilig aus wie der Flug. Wenn man da jetzt da siebenmal eine Bodenbearbeitung durchführt, dann ist da nachher auch nicht mehr viel von zu sehen, dann ist aber auch kein Mulch mehr in der Bodenoberfläche. Habe ich auch schon festgestellt oder nicht, ja, gesehen, selber gemacht natürlich nicht. Genau, dann kommt es nicht zu den Verschlemmungen und man erhält ein ziemlich stabiles Bodengefüge und das Bodenleben wird dadurch gesteigert, die Regenwürmer finden ihr Futter. Aber, ja, nicht so viele Vorteile, ohne dass es auch Nachteile gibt. Ganz klar, man braucht mehr Pflanzenschutzmittel. Ist leider so in diesem Konzept, aber da gibt es genügend Forschung zu, dass die Nachteile durch zu viel Bodenbearbeitung eigentlich höher sind, als durch den Mehraufwand, den man da an Pflanzenschutzmitteln eben reinstecken muss. Zwei seltener habe ich noch. Einmal Strip-Till, das ist vielleicht auch noch nicht ganz so bekannt. Da wird der Boden nur da gelockert, wo man auch nachher drillen will. Das heißt, es wechseln sich 30 cm ist es immer insgesamt, es wechseln sich 15 cm Saatbänder ab mit 15 cm unbearbeiteter Bodenfläche. Das heißt, in 15 cm jeweils oder die Hälfte der gesamten Fläche wird überhaupt nicht bearbeitet. Und da bleibt die Bodenstruktur natürlich auch erhalten. Das heißt, das Bodenleben wird da auch nicht gestört. In diesen Räumen dazwischen oder obendrauf wird ja der Mulch dann quasi liegen gelassen. Das heißt, man hat auch nicht so die Erosion da. Ich kenne jetzt zum Beispiel nur die Clayton. Bei der wird oben aus dem Bereich, wo man drillen möchte, das ganze Stroh weggeräumt. Das heißt, man hat auch nicht so wie ich kenne das jetzt hauptsächlich auch so vom Raps, wenn man den ganzen Kram unterbuddelt, dass sich die Strohmatten bilden da und die Fallwurzel nicht mehr durchkommt. Und das hat man da eben gar nicht. Und man lockert diesen Bereich da unten gut auf, hat die Möglichkeit gleichzeitig Dünger mit einzuarbeiten, eventuell eine Untersaat zu machen und gleichzeitig Schneckenkorn auszubringen. Also man schafft schon echt ziemlich viel in einer Überfahrt. Mit der Direktsaat ist es noch weniger Bodenbearbeitung. Das heißt, man fährt mit der Drillmaschine drüber, schlitzt das Getreide oder was man auch immer da drillen möchte ein und dann hat sich das. Diese beiden Methoden, die erfordern aber auch ziemlich viel aggerbauliches Wissen, also Direktsaat noch mehr als Drip-Till, weil bei Direktsaat muss man echt ziemlich aufpassen mit dem Unkraut. Die beiden sind auch stark abhängig von einem Totalherbizid. Ob das nur in Zukunft noch Glyphosat ist, weiß ich nicht, aber soll ja verboten werden. Die Pflanzenschutzmittelhersteller halten noch ziemlich die Füße still, also irgendein Mittel wird da wieder kommen. Ansonsten hätten die da auch schon mehr Theater gemacht, denke ich. Und ja, da gibt es jetzt auch Methoden, wie man langfristig da sogar den Pflanzenschutzmittel und Düngemittel Einsatz reduzieren kann. Also das Ganze geht nachher schon fast in Richtung Bio-Ackerbau, indem man direkt hinter Mähdrescher, also es gibt direkt Schneidwerke, wo ein Zwischenfrucht Drillsystem drin ist, dass du mit Mähdrescher drillst, sofort anschließend wieder was wächst und man so den Unkrautdruck ordentlich reduziert, dann fährt man da direkt vor der Aussaat, also es wird zwischen der Ernte und der Hauptkultur einer Winterrung eine Zwischenfrucht gedrillt, die mit einer Messerwalze nachher runtergehackt wird und dann direkt da reingedrillt wird, also das sieht schon abenteuerlich aus, das muss man sich schon trauen, aber es funktioniert nun mal auf vielen Betrieben tatsächlich auch, aber echt viel wissen was man da reinstecken muss, bei den Bodenbearbeitungssystemen die nicht wendend sind, muss man auch viel mehr Wert auf die Fruchtfolge legen, habe ich ja schon beim letzten Mal, ich hoffe ihr habt es da ein bisschen zumindest mitgekriegt erklärt und soviel dann erstmal zu der Grundbodenbearbeitung so anschließend kommt die Saatbettbereitung die legt den Grundstein für einen guten Feldaufgang das heißt ich muss aufpassen dass der Boden gut rückverfestigt ist, dass das nicht zu locker ist, dass mir der Boden nicht wegfliegt und die Saat nachher unbedeckt da liegt ist natürlich ziemlich wichtig dann muss ich ein feinkrümeliges Saatbett herstellen das ist bei so ganz feinkörnigen ich nenne jetzt mal Raps und Zucker Rübe extremst wichtig dass die auch einen guten Bodenschluss haben und direkt am Boden dran sind um auch genug Wasser für die Keimung vorzufinden und ja der Boden muss eben auch leicht von den Keimlingen nachher zu durchbrechen sein und das sind so grob die Ziele die man damit verfolgt dafür nimmt man einige benutzen sogar die die Drillmaschine direkt dafür dass da eine Kreiselecke eben mit dran ist wir haben eine Scheibenegge mit dabei wenn man jetzt andere hätte eine Rapid zum Beispiel einige kreiseln dann mit der Kreiselecke einmal vor und fahren dann mit der Rapid drüber die Rapid hat aber im Grunde eine Kurzscheibenegge mit drin und das heißt man könnte auch auf sandigeren Böden direkt da mit da rein fahren ist auch überhaupt gar kein Problem und ja mit der eine Walze nimmt eine Cambridge Walze wenn die dann sogar noch 12 Meter Arbeitsbreite hat dann ist man auch recht gut davor dass man dann auch ordentlich was schafft die anderen Geräte die haben eine Kreiselecke dann vielleicht 6 Meter Arbeitsbreite schafft man eben nur die Hälfte mit das ist ganz klar so ja und nun hatte ich ja gesagt ich erzähle noch mal kurz was zum CTF zum Control Traffic Farming das kann man sich sehr gut angucken bei der Firma Horsch die haben ja ihre Aggravation in Tschechien da unten und die arbeitenden auf 6 Meter 12 Meter und 36 Meter das heißt man befährt tatsächlich nur gewisse Bereiche vom Feld das hat den Vorteil wenn man jetzt auf Direktsaat jetzt geht oder auf Grip-Till Verfahren man hat nicht mehr so die Möglichkeit den Boden also Verdichtung da wieder zu lockern und das heißt man begrenzt das nur auf bestimmte Bereiche fährt mit einigen Geräten wenn man jetzt tatsächlich sagt für die bessere Strohverteilung ich düse jetzt im 45 Grad Winkel zu den Fahrgassen darüber ist ja möglich aber mit so einer mit so Strohstriegel da fährt man dann auch vielleicht so um die 20 Stunden Kilometer rüber also habe ich jetzt auch selber schon gemacht das geht auch und die Strohverteilung die sieht dann trotzdem noch top aus und dann berührt man den Boden eben auch nur ganz knapp einmal kurz und da tut sich dann auch nicht viel wenn man das nicht so häufig macht aber ansonsten eben in den Fahrgassen und so weiter also im 6 meter bereich für die Grundboden Bearbeitung vielleicht mit einem tiefen grubber auf 6 meter äh quatsch auf 12 meter dann mit dem größeren grubber dann da durch und auf 12 meter dreschen auf 12 meter vielleicht anwalzen wenn die das dann so machen das weiß ich natürlich nicht auch verlängertes abtankrohr dass man dann auf 12 meter auch direkt nebenher fährt das heißt man kann per gps abtanken die machen auch alles nur noch über raupen laufwerke und ich weiß gar nicht ob die an die haben ja eine spritze da da ist kein raupen laufwerk dran ob die dann eine reifendruck regelanlage haben dass man dadurch dann den effekt von dem breitreifen erzielt und auf der straße eben kraftstoff sparen fährt das weiß ich jetzt nicht aber so das wäre ganz grob das control traffic farming also das funktioniert natürlich alles über gps direkt an die sterne angeknüpft ja das soll es dann auch von mir heute zu dem thema gewesen sein wenn fragen da sind wenn ergänzungen da sind wie immer da unten einmal rein hacken da in die kommentare kann ich auch noch was dazu lernen wenn einer weiß oder ergänzen möchte was ich jetzt vergessen habe ich und nichts vergesse aber ist ja trotzdem möglich dass ich mir irgendwas nicht mit aufgeschrieben habe wo ich dann so anschließend auch wieder denke hat man noch gemacht deswegen bin ich da sehr dankbar wenn einer von euch da was zu sagt nächste woche will ich jetzt auch mal wieder versuchen Jachtvideo rein zu stellen weil jetzt passte das teilweise auch mit dem Wind nicht und ich hatte auch wenig Zeit aber ich gebe mir Mühe heute Abend will ich nochmal raus gehen gucken ob da was los ist und wieder ordentlich was filmen und hoffentlich dann auch mal eine Sau zur Strecke bringen würde mich auf jeden Fall freuen und dann werde ich euch da auch dran teilhaben lassen wollen genau dann wünsche ich